Das ist unser neuer Kanal, Herz an Herz. Abonniert unseren Kanal und macht einen Daumen hoch. Heute backen wir Plätzchen für den Weihnachtsmann. Ihr könnt das mit den Eltern nachmachen. Wir brauchen 500 Gramm Mehl. Wir brauchen 180 Gramm Zucker. Wir brauchen 2 Eier. 1 Zillafel Backpulver. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Butter. Dieses ist Butter. Die ganze Packung. Also die ganze Packung Butter. Und wie viel ist das? Warte, das ist jetzt genau so. Ich suche aus 6 Liter Milch. Scherz-Milch. Und guck, wie viel Gramm steht da? Echt viel. 250 Gramm. Ja. Halbeteelöffel Vanillezucker. Alternativ ein Päckchen Vanillezucker. Wir vermühlen die Butter mit dem Zucker. Jetzt machen wir es wie auch. Also, Alisa, mach mal ein Päckchen. Ja, ein Päckchen. Also ich heiße Jan und sieh Alice. Wir schlagen nacheinander die Eier dazu. Eins und zwei. Ihr könnt auch einen Mixer verwenden. So muss das aussehen. Jetzt machen wir Vanillezucker rein. Jetzt machen wir Backpulver rein. Mh-mh. Kuck. Zwei. 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 Justi. Dafür muss die Musik dazu tun. Jeigma-Cuk. Jetzt können wir mit den Händen alles vermuten. Die physically ist er nebenbei. Das ist doch mal ein Wein! In der Weihnachtsbäckerei Gibt es manche Lecker zu kneten In der Weihnachtsbäckerei Buschwein In der Weihnachtsbäckerei Gibt es manche Leckerei In der Weihnachtsbäckerei Zwischen Mehl und Milch In der Weihnachtsbäckerei In der Weihnachtsbäckerei In der Weihnachtsbäckerei Oh mein Gott! Ich habe eine Weihnachtsbäckerei Die Nase und die Augen Die Nase und die Augen Die Nase und die Augen nicht Und das ist die Frisur Frisur Hallo! Echt geil Einmal den Teig im Kühlschrank In Ruhe lassen Klingeling 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 In der Weihnachtsbäckerei In der Weihnachtsbäckerei In der Weihnachtsbäckerei In der Weihnachtsbäckerei Für den Zuckerguss Brauche ich Puderzucker Zitrone Legumsmittelfarbe Und natürlich Damit man Auch die Tore Aus Pissen kann Wir haben uns geschrieben Lila und Turkis Ja Klingeling Klingeling Ich gleich gleich Für einen großen Herz mache ich Du kannst auch Größen Großen Herz Ja Zwei habe ich Zwei habe ich Zwei habe ich Zwei habe ich Und die sind zusammen Und das sind unsere fertigen Plätzchen Das sind ganz lecker Mh Aber da sind ja noch nicht alle Ja Die anderen sind ja noch da Ja Manche sind schon aufgegessen Ja Ja Und manche auch Die haben es nicht überlebt Ja Vielen Dank.